Oha, for real, keine Abkürzung. Ja, ich heiße einfach nur Phil. Mein Name ist Phil McPhilson. Nein, einfach nur Phil. Ja, Pokémon Meister im Early schon. Wahrscheinlich muss man jetzt auf Tränen gehen. Könnte sein. Aber ab Lost Chapter mattert das halt trotzdem nicht. Ist ein Nerf für das Early. Ich weiß zwar nicht, warum du hier zuschaust, aber wenigstens ist dein Twitch Prime mehrkostenfrei. Bin wieder da. So. 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 Warum? 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 Ja, das wäre einfach First Blood für ihn gewesen. So. 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 Okay. Oh, Leute, ich kann mich gleich erst bedanken bei euren ganzen Unterstützungen. Oh. I can't. Haha. Ja, wahrscheinlich. So. 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 Oh, ich komme. Oh, ich komme hoch ? Jetzt haben wir ein kleines Problem hier. Die TP'n top, die WTP'n actually. Ist Lilia hier? Ja, ich glaub, ne. Okay, ich kann wieder enemy topside invaden, ich bin sehr, sehr stark actually, hat sie noch gar nicht gemacht. Mecker schmecker. Ich bin nicht ganz sicher. Ich mach das jetzt auch mal. Aber Gordrinker first ist schon besser. Ja, ist besser. Ja, gut, schade. Aber jetzt hab ich Crit Chance. Auch ne wilde Nummer. Niemals kann der uns fighten. Ja, so natürlich schon. Fuck. Scheiße. Ganz ärgerlich, dass sie beide da durchlaufen. 1v2 hätten wir sogar gemacht. Shit. Das war zu viel. Ich geh, ich geh einfach top durch. Enemy Red Puffin mal hin. Okay. Oh, Anivia hat TP. Das wär. Oh. Haha, XD. Haha, XD. Haha, XD. Wir haben da... Oh, wait, 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 wait. Vigo, Vigo war da. Okay. Nice. War gut. Du bist nicht mein Type. Du bist nicht mein Type. Du bist nicht mein Type. Baby, du bist nicht mein Type. Tut mir leid, dass du mehr willst, dass nur genug Asche dein Herz stimmt, denn alles was andere als Geld in der Tasche und viel auf dem Konto nichts wert ist. Junge Dame ist da und beschwert dich. Ja, da war selber nicht ehrlich. Nice. Ich werde Basen hier. Ich werde nicht für... Ich werde nicht für... Drake gehen. Ich werde Basen. Ich habe sehr, sehr viel Jungle Kingdom jetzt, ne? Ich mache auch crazy viel Damage. Ich gehe aus Base Topside. Ich glaube, Drake ist einfach straight up nicht gut hier. Harold hat anyways mehr Value. Ja, schade. Ich habe mir schon gedacht, dass... Oh, Anivia kann nicht... Ah, kacke. Aber nicht gut. Ah, das Minion. Ah, ist das traurig. Wenn das Minion am Turm nicht tot wäre, dann hätte ich da einen richtig schönen Escape hingelegt. Aber so leider nicht. Oh, schöner Haken. Gutes Ding. Oh, wir haben Toplane Turm schon. Heiliger Windbomb. Ich gehe Topside. Werde Krabbe machen. Krabbe into Harold's Display. Der erste Kog mal, der nicht 010 steht, by the way. Nice, nice. Ah, wenn der das machen muss, dann hätte ich da gar nicht hingehen müssen. Junge. Es ist einfach nicht gut auf ihm so. Es ist einfach nicht gut auf ihm. Wegen den Plates. So. Weil... Also ich werde... Ich werde für die Plates spielen. Und er wird jetzt für den zweiten Topturm spielen oder so. Ein kompletter Troll. Lost Chapter und Dingsons. Will trotzdem Glubuff geiern. Hat nicht mal für mich Toplane TP. Der... Also bitte, wenn ihr Toplaner seid, lasst dem Jungler den Herald. Ist es einfach besser. Wieso... Von was wurde ich CC'd? Von Vigo W. Entschuldigung. Oh Mann. Scheiße. Ich mache so viel Schaden. Wenn ich meine Ult davor durchbekommen hätte. Vor dem Sleep, ne? Dann haben wir mit dem Push-Stop entspannt. Wir können Botlane. Ich habe das nicht so oft gespielt, ne? Mit dem... Mit dem Item Build so. Flash. Right? Die Gegner scalen crazy, ne? Also wir scalen auch gut. Aber die Gegner scalen crazy. Fast. Also ist das nicht so, wie sie sind. Man muss die, was war so. Ganz schnell. Erst. Kurz ein Schlaganfall. Noch so viele Plates holen, wie es geht. Oh, Game Winning. Nice. Ah, kriegen wir das Plating noch? Ah, nein. Aber den Turm. Auch in Ordnung. Ich bin sehr, sehr stark, ey. Junge, sind sie auch so broken champ, ey. Broken champ. DoorDrinker. Nice. Ja, klar. Ich gebe dir zwar jeden Blühwaff an Nivia, aber du kannst die Raptoren auch noch nehmen. Schall. Jo, was ist mit dem Harry passiert eigentlich? Stimmt. Wo? Ja, können wir spielen, können wir spielen, können wir spielen. Wo? Okay. Wo? Wo? Das ist Ganz ärgerlich Ja, ich bin crazy stark Wilde Anivia-Kombo Könnte Johnny LPG Just Jonathan sein Sona hat geflasht Ja, das ist ja so ein Fighting-Game hier einfach nur Feier ich aber Ja, das wird ultra gut hier Oh, wie gut das wird Lecker Schmecker sag ich da immer Ja, schönes Ding Haha Geiles Ding Oh, schakalaka So ein Broken Champ, Junge Oh Mann, geil Einfach Turbo-Busted Einfach Turbo-Busted So, ab die Post Also Der Trinder mehr einfach auf der Sideline Aber noch nicht gewonnen Vigo hat wieder 1000 Gold bekommen von Ja, genau Das ist not bad Not bad Oh, können wir Serpents fangen gehen? Ist das gut? Sona gibt schon ein paar Schilde Ja, eine schöne Wall da rein Ja, nicht Keine optimale Wall, ne Deswegen kriegen wir hier vielleicht keinen Kill Doch, natürlich kriegen wir den Kill Geiles Socke bist Oh, wie frech das von der Sona war Ich bin ein Ghost Ich bin ein Ghost Ich bin ein Ghost Oh, nice, nice, nice. Das wird direkt Nash. Sieht sehr gut aus. Okay. Ich habe gesmited. Er war nicht so smart. Jetzt kriegen die Nash. Okay. War, denke ich, trotzdem gut. Wenn ich da nicht smite, dann ist Reparoni mit mir. Dann kriegt Viego Shutdown und dann ist doof gelaufen. Actually, wir hätten maybe sogar finishen können. Jo, lol. Das wäre Game gewesen, glaube ich. Okay, okay, okay. Ich denke, die Soul ist schon so das Schlechteste, was wir kriegen können. Cloud Soul. Okay, wen kann ich hier cheesen? Wenn wir den Fighter gewinnen, kann ich hier finishen. Okay. Das ist toll. Ist das? maybe Ja, drinnen mehr hat keine Ult. Okay, schade, drinnen mehr ist auch dead. Aber wir haben Open Base, Open Base. Better than nothing. Also, die haben Open Base. Also, wir haben Open Base bei denen. Bisherige Meinung zu Lilia ist playable, I guess, bisschen. Early deutlich schlechter, Late Game besser. So würde ich das zusammenfassen. Okay, zwei Inips down. Wir kriegen leider den Drake nicht. Wir haben die Inips ja... Wann haben wir die geholt? Erst vor kurzem, ne? Wir müssen ein bisschen scared sein hier eigentlich. Ich... 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 Jo, was geht denn jetzt hier an? Jo, GGWP, Guys. Ist es? Was? Junge, Junge, Junge. GGWP sag ich da. GGWP. Okay. Ja, aber mein... 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 Das tut den Gegnern ganz schön weh. Plus 25. Lecker. So. Kus geht jetzt raus. Das ist ganz schön. Ach. Alles. Ich... Ich... Sch... Das. Alles. Ich...